Gert, du hast deine erste Winterpause jetzt nicht mehr als aktiver Spieler, sondern als Funktionär verbracht. Wie war das für dich? Wie hast du die Winterpause verbracht? Ja, so wie immer. Ich habe nicht viel down, habe viel gegessen für den Weihnachtsfeiertag. Und sportlich eben nicht viel down, aber dafür genügend geschaut, dass wir für den DSC eventuell wieder schlagkräftige Truppen zusammenbringen und vor allem die Abgänge kompensieren können. Jetzt hast du deinen Transfer mal schon angesprochen. Gibt es da schon irgendwelche Neuigkeiten? Ganz aktuell, ja. Der Keita Tsunami ist seit Samstag wieder in Österreich und verstärkt uns ab. Heute eigentlich wieder, ja. Auf welchen Positionen ungefähr schaut sich da nach oben bei neuen Spielern? Der Keita ist eh mehr Linksverteidiger. Da haben wir durch den Abgang vom Appetit-Gem wieder abgehoben. Und das weitere Rennen suchen wir natürlich verzweifelt. Nein, zweifelt nicht. Wir suchen nach Stürmern, weil der Florian ja weg ist und der Christian Gioge auch nicht immer zur Verfügung steht. Also wenn man dort definitiv zwei weitere Spuren holt. Jetzt fliegt sie Mitte Februar in die Türkei zu einem Trainingslager. Was erwartet ihr euch von der Woche unten? Wir erwarten uns eigentlich, dass das Teamgefüge dort irrsinnig gestärkt wird und dass der Trainer wirklich auch oben intensiv die Möglichkeit hat mit dem Anschluss zum Arbeiten und quasi den letzten Feinschliff noch für die Meisterschaft zu holen. Weil es ist ja dann nicht mehr lang. Dann dauert es ja nur mehr zwei Wochen, bis es dann losgeht und ich glaube bessere Bedingungen in der Türkei findet man nicht vor, wenn wir mit dem Kunstraten eh bevorzugt sind. Aber ich bin selber einige Trainingslager mit den Mannschaften unterwegs gewesen und das ist einfach ganz was anderes und das wird uns sicher helfen, ja. Also als Ziel vor der Saison nicht abzusteigen, hat sich an dem irgendetwas geändert? Nein, das Ziel besteht weiterhin. Wir müssen echt schauen, primär, dass wir so viele Punkte wie möglich machen, um nichts mit Abstand zu tun haben. Und vielleicht ein kleines Zubrot, das man ausgeben ist. Wir wollen weiterhin das beste steilische Team bleiben. Das wäre damit verbunden, dass wir fix ein Cupbrot wieder haben und das ist sicher ein Ziel, dass wir nicht, dass die Raum verlieren sollten und im Hinterkopf haben. Perfekt, danke. Ja, danke. Juli, wie hast du so die zwei Monate Winterpause verbracht? Ja, war eigentlich relativ gemütlich, im Kreise der Familie, ein bisschen abgeschalten. Und über Weihnachten war ich daheim, da habe ich auch Urlaub gehabt. Ein bisschen trainiert natürlich, Hallenturniere gekickt. Und ja, einmal weg vom Fußball, vom richtigen Vereinsfußball, eher gemütlich. Gibt es irgendwas, das du über den Winter so richtig vermisst hast, den Fußball? Ja, lieb Claudio, nein, scherz, ja die Mannschaft einfach, ich glaube, wir haben über das ganze Jahr immer ziemlich eine Gaude, das fällt natürlich, aber ja, es war ein schöner Mal weg sein, im Ganzen. Gehen wir, 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 gehen wir. Du spielst ja wie viele andere in der Mannschaft, jetzt ein halbes Jahr in der Regionalliga, hat sie in dem Halben-Wirken eine Überraschung entgegen für dich, die du so nicht erwartet hast? Ja, ich glaube, in die, gerade in die ersten paar Runden haben wir uns sicher nicht ganz so einfach getan. Es ist schon eine Umstellung, Standboy ist ein ganz anderes, aber ich glaube, wir haben das dann im Laufe des Herbstes ziemlich gut gemeistert. Und jetzt im Frühjahr können wir so richtig angreifen, also ich bin guter Dinge, dass wir da noch einige Punkte holen werden. Also ich glaube, im Frühjahr werdet ihr euch noch stärker präsentieren können? Ja, schätze ich schon, ja. Jetzt weiß jeder, was es geht, also wie das ganze Tag läuft und die Gegner kennen wir jetzt. Das war ja auch nicht ganz so einfach, aber ich glaube, im Frühjahr mit breiter Brust angreifen. Ja, Pascal, du hast dich ja kurz vor der Winterpause verletzt. Wie ist es dir noch gegangen mit der Verletzung? Wie geht es dir jetzt? Eigentlich wieder sehr gut, also ich habe diesmal vier Tage nach der Verletzung eigentlich schon wieder mit dem Radfahren begonnen und ja, jetzt eigentlich die Pause gut genutzt, um wieder fit zu werden. Und es schaut im Moment sehr gut aus. Worauf freust du dich jetzt wieder im Frühjahr? Aufs Mannschaftstraining jetzt vor allem, weil jetzt habe ich zwei Monate eigentlich nicht mit der Mannschaft trainiert. Und ja, heute war es endlich wieder so weit und die Spiele natürlich, aber das dauert leider noch acht, drei Wochen. Jetzt bist du ungefähr ein halbes Jahr in Untertsch-Lanzberg. Wie ist es dich bis jetzt so eingelebt? Wie gefällt es dir da? Sehr gut aufgenommen worden wie, denke ich, die anderen Spieler und eigentlich gefällt es mir sehr gut. Den einen oder anderen kenne ich ja schon etwas länger und gefällt mir eigentlich sehr gut hier. Danke sehr. Danke sehr.